Wir sind in Basler Orthopädie in der vierten Generation mittlerweile. Wir vertreiben orthopädische Hilfsmittel und Rehabilitationswagen. Das Besondere an der Basler Orthopädie in der 4. Generation ist, dass wir individuelle Lösungen bieten und dort weitermachen, wo andere aufhören. Wir sind ein wichtiger Partner für unsere Kunden, weil wir sie oft jahrzehntelang begleiten. Wir suchen immer wieder neue Lösungen für sie, die sie im alltäglichen Leben unterstützen sollten. Die Firma ist über 90 Jahre alt. Durch das haben wir einen sehr grossen Erfahrungsschatz und gerne das Wissen von Generation zu Generation. Wir sind froh darüber, dass unsere Eltern uns das Vertrauen schenken und uns die Möglichkeit gerne, die Firma erfolgreich in die nächste Generation zu führen. Bei einer Nachfolgeplanung in der Familie wird es immer sehr emotional. Das war auch bei uns so. Und wir waren froh, dass wir einen externen Partner hatten, der uns beraten und unterstützt hat. Gesang oder로h, dass wir unsere Wingusta pauk Carden werden. Bis zum nächsten Mal. »